Nach Sylvara und Atmurei gibt sich nur noch Tonukto, die Ehre in den 7 Sterne Terrawade Events. Der letzte Starter-Hisui-Server wird auch damit am Start und ernotiert sich dabei sogar noch mehr an seinem Hisui-Pendor, nämlich mit dem Terratyp Geist. Er hat dann auch mit Geistattacken an und wie es ganz einfach zu besiegen ist im Solo, offline, zeige ich euch jetzt. Mäuse Freunde, damit begrüße ich euch ganz herzlich zu diesem kleinen Guide, in dem ich euch zeige oder versuche zu zeigen, wie man dieses Titan-Tonukto ganz einfach besiegen kann. Ich bin jetzt erstmal hier auf der Seribi-Seite, wo man direkt sein Moveset sieht und ich bin ganz ehrlich mit euch, ich habe mich vorbereitet auf diesen Kampf. Ihr habt es vielleicht im Stream mitbekommen am vergangenen Donnerstag auf Twitch. Ich habe mich auch mit Pokémon vorbereitet, wo ich jetzt echt mitgerechnet habe, dass ich die nicht mal einsetzen werde, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Tonukto physische Attacken drauf haben wird. Ich habe echt gedacht, das ist eher ein spezielles Pokémon, mit dem wir sprechen auch noch speziell angreifen. Ja, jetzt hat es allerdings Knüttler und Erdbeben, was mein Plan so ein bisschen zunichte macht, denn ich hatte mich auf Juju, oder ich hatte Juju und Hundemond vorbereitet und Erdbeben wird beide wegzürden, leider. Aber das Problem, dazu hat es noch die Eruption mit dem Sputball. Und ja, mit dem Sonntag, den es aufsetzen wird, ist die Eruption auch noch gefährlich. Allerdings nicht mit dem Pokémon, den ich vorbereitet habe. Und welches das ist, das zeige ich euch jetzt. Tada, da ist es. Ich habe mich für Flatterhaar entschieden. Ja, ich frage mich jetzt vielleicht, warum Flatterhaar ist ein Geist-B-Pokémon. Und der Sputball trifft da aber sehr tief. Allerdings hat Flatterhaar eine sehr hohe Spezialverteidigung, dass es eigentlich schon fast keinen Unterschied mehr macht, ehrlich gesagt. Letztendlich, dass es eigentlich schon fast irrelevant ist. Ja, ich habe dieses Flatterhaar mit der Muschelkirk ausgestattet, wie ihr gerade gesehen habt schon. Habe dann Full Investment auf Spezialkampf und KP gesetzt. Aber man muss richtig Schaden rausknallen kann und auch mit 4 KP dazu, dass man ein paar Hits tankt. Und ich habe die letzten Fleißpunkte, also 4 Stück an der Zahl, noch auf die Verteidigung gebracht, um halt Knudler und Erdbeben zumindest ein bisschen mehr abzufangen. Und darauf dreht so ein bisschen das Muschertier ab. Ich habe mir dabei gebracht, Sputball, Trugtrain und Gedankengut. Psychoshock könnt ihr ignorieren, die Attacke, die braucht ihr nicht. Die anderen, die ersten 3 reichen ihr völlig. Der Plan ist einfach, das sage ich euch aber gleich, dass Tulopto erstmal zu schwächen mit Trugträne. Danach Gedankengut aufzusetzen und damit Sputball durchzuballern. Ich habe ihm auch eine Terra-Typ Geist gegeben. Also ich habe Terra-Typ Geist es hier auch ganz gut angebracht. Einfach weil, ja, weil man dann mehr Schaden raushaut. Ich habe ja schon gesagt, dass der Typ Geist jetzt quasi nicht so schlimm ist. Werden wir gleich sehen. Falls ihr jetzt natürlich Pokémon Popresions und kein Flatter erfahren könnt, selber direkt, dann könnt ihr es durch den Linktausch schon relativ easy bekommen. Also jetzt vielleicht unbedingt nicht gerade, weil da wahrscheinlich sehr viele Leute ein Eisenhals braucht ihr dafür, einen Eisenhals gegen ein Flatter tauschen wollen. Dafür gibt es einen entsprechenden Tauschcode. Die dürftet ihr hier jetzt sehen. Und wenn ihr den hat verwendet, sollte ich die eigentlich, normalerweise wie gesagt, ein Flatter bekommen könnte. Ich habe meins glaube ich auch so bekommen. Aber ich habe es wahrscheinlich geschickt bekommen von jemand von euch aus der Community. Aber eigentlich sind diese Tauschcodes, ich habe es mit anderen Exklusiv, Editionsexklusiven Pokémon getestet. Von längerer Zeit. Es geht schon. Man muss sich vielleicht ein bisschen Geduld ausüben. Ja, dann wird es schon klappen. Ansonsten, falls ihr kein Flatter bekommen solltet, könnt ihr das mit Epita versuchen. Ich habe jetzt kein Epita vorbereitet, soll aber auch ganz gut klappen. Einfach mit Kreideschrei und mit Faules Faust dann draufhauen. Äh, EV-Verteilung kann ich, weiß ich jetzt nicht, aber kriege ich das schon raus, denke ich mal. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal in den Weight rein. Und schauen uns mal, wie sich Flatter abschlagen wird. So, dann geht es auch schon los. Die Grundidee des Kampfes habe ich euch ja gerade schon genannt. Ich werde erstmal die Druckträner einsetzen, um Turnipto zu schwächen. Also die Spezialverteilung zu schwächen. Das Ganze nur in der ersten und zweiten Runde. Danach ist wahrscheinlich eh schon Feierabend, weil es nachher ein Schild aufsetzt. Und ja, weil ihr dann sterbt wahrscheinlich einmal. Also ja, ihr Speffer wird einmal sterben, wie ihr seht. Das macht über die Hälfte Damage. Und damit können wir danach auf jeden Fall Gedanken gut einsetzen. Der Schild wird dann aufgesetzt auf jeden Fall. Das seht ihr ja gleich. Und sobald der halt sobald wir am Gestorben Gedanken gut in Ruhe einsetzen. Und danach müsst ihr auf die Füße Schatten drüber gehen. Weil die da mehr Schaden machen. Das dürfte killen. Direkt. Der wird wahrscheinlich jetzt aber trotzdem nochmal zweitmal angreifen, wie wir jetzt tot sind. Wahrscheinlich damit Eruption. Aber man hat das jetzt nicht gekillt. Okay, er setzt trotzdem eine Startveränderung an. Er greift jetzt wahrscheinlich nochmal an. Ja, da kommt die Eruption. Die müssen jetzt aber killen. Ja, genau. So, und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Er setzt das und wird das, wie gesagt, das Schild auf. Die Terra Barriere. Und wir kommen zurück. Und jetzt kommt zwei Runden. Also Runde 3 und 4, wo wir Gedanken gut einsetzen. Sonnenschein wirkt noch. Unser Spitalgerät wird verstärkt. Sehr gut. Jetzt ist er genannt gut ein. Wie gesagt. Das ist übrigens auch eine Sache, warum ich mich für Flatterhaar und gegen Epitaph entschieden habe. Die Paleosynthese, die wird mehrmals getriggert von Ton of Du. Setze ich nur einmal Sonntag ein, sondern mehrfach in dem Kampf. Noch bereits eingedanken, wo sitzt der Erdbeben ein. Das wir gerade ein weiterer an. Oder es ist noch mal. Vielleicht kommt es auch mal Erdbeben oder ein Knüttler. Genau das ist der Knüttler. Jetzt setzen wir Sputball ein und wir bleiben auch bei Sputball im Grunde. Spam das jetzt so lange durch, bis er quasi K.O. ist. Beziehungsweise wenn wir nochmal sterben sollten, kann es nochmal sein, dass wir nochmal entweder Trugträne, je nachdem, ob man sich schon drückgesetzt hat oder nochmal gut einsetzen werden. Aber eigentlich setzt wir uns nur Sputball ein. Wenn wir Terrakristallisieren können, werden wir Terrakristallisieren. Gegen Knüttler, dann nehmen wir das sehr gut. Das ist jetzt quasi Best Case quasi. Weil wenn der jetzt jedes Mal Knüttler oder Epitaph trifft, kann es ja, dass wir nochmal sterben. In jedem Fall ganz gut, dass er Knüttler eingesetzt hat und verfehlt hat. So mein Freund. Da kommt das Erdbeben. So wir müssen uns eine Runde aushalten und dann können wir Terrakristallisieren und dann sollten wir so viel Damage machen, dass wir es quasi wieder vollheilen. Jetzt wird es jetzt noch mal spannend. Man sollte überleben. Man macht ja eh wie so gut 100 K.P. Ja, 115. Da kommt noch mal Sonntag. Das heißt, ihr boostet uns nochmal. Vielen Dank dafür, mein Freund. Oh. Das dürfte ich nicht killen. Genau. Jetzt wird die Trackstation vergessen. Dann wäre ich gestorben. Jetzt schau ich mal den Schaden an. Wahrscheinlich wird er sich danach, wenn der Schick geworfen ist, seinen Spitz der Drop vielleicht rücksetzen dann. Aber dann haben wir immer noch unseren Boost, das ist ganz gut. Denn den brauchen wir noch. Das Gute ist halt, sobald wir halt Gedanken gut angesetzt haben und er nicht mehr Spupel einsetzt, kann er auch unsere Spezialverteidigung entworfen. Ich habe vorhin einmal einen Mann getestet, da hat er dann direkt nach dem Erstgedanken doch noch einen Spupel angesetzt und auch direkt den Spitz der Drop gekriegt. Danach hat er weiter einen Spupel eingesetzt. Das war auch nicht schlimm. Weil, wie gesagt, Flatter hat mehr Spezialverteidigung als Verteidigung. Irgendwann ist das gar nicht mal so übel. So, und auch wenn er jetzt die Verteidigung als Spezialverteidigung wieder zurückgesetzt hat, ich würde trotzdem angreifen und sollten eigentlich jetzt relativ zügig durchkommen. Wir haben noch zweimal. Wir haben wahrscheinlich genug, um irgendwas zu überleben. Ganz genau. Das heißt, wenn er jetzt nochmal zweimal angreifen sollte, was passieren kann, aber eigentlich sollte. Wird das jetzt reichen? Aber also der Flatter wird meistens eine Eruption sein, deswegen macht das eigentlich keinen Unterschied. Die Eruption habt ihr gerade gesehen, die werden wir locker überleben. Und das war's, Leute. Der Spupel sollte reichen. Und wie ihr gesehen habt, Terra-Typ-Geist oder generell Flatter heißt, nicht so schlimm geht auch noch doof. Natürlich kann es mal passieren, dass der Höflich gekritzt oder Evi dann einen Höflichen im Spitz der Drop raushaut, wo die vielleicht nochmal schneller sterbt, kann sein, dann ist das natürlich Pech. Aber in den meisten Fällen sollte ich das so ganz einfach hinkriegen. Und wie gesagt, auch mit Evi dann sollte das machbar sein. Das ist jetzt aber vielleicht nur ein bisschen knapper, weil ich vielleicht doch nochmal zweitens mal sterbt. Und ich fange mir jetzt die Stolokdo. Na guck mal, wir haben noch einen Blick auf die Belohnungen. So, das ist ein paar, hier sind die Belohnungen. Ihr kriegt einmalig, das habe ich gerade schon auf der Seite gesehen, als ich das schon gezeigt habe, einmal kriegt die TM14 ein Fähigkeitenflasster. Ich habe danach nicht mehr. Dann sitzen wir hier immer ein bisschen im Zug überlassen, was man kriegt. Eine kleine Kleine kann ich euch zeigen, denn mich hat es tatsächlich gewundert, dass die Stolokdo Evi relativ klein wäre. Ich habe gedacht, es ist viel größer. Und ja, wenn ihr nach Missalona City fliegt, zum westlichen Pokémon Center und dann hier zu einem, ja, kann ich mal sagen, Brunnen. In der Frau hier geht, mit dem Bein Pachiriso daneben, die an die Größen von Pokémon interessiert ist und ihr das Stolokdo zeigt, dann solltet ihr noch ein Abzeichen dafür kriegen, was jetzt nicht unbedingt wichtig ist, aber nochmals kein Secret, die ist eigentlich ganz interessant. Ich erinnere mich, das ist nämlich ein Winzling. Damit kriegt ihr noch mal ein Titel, ein Abzeichen. Nämlich das Winzlingsabzeichen, das man dem dann auch geben kann, genauso wie das Zitanzzeichen. Einfach hier rübergehen in den dritten Reiter. Dann hat man hier das Zitanzzeichen, das kann man geben. Und auch das Winzlingszeichen, Winzling Tonupto. Vom Zitanz zum Winzling, auch gut. Ja, das war ich auch noch mal zeigen, so als kleines, ja, als kleines Extra obendrauf. Ja, meine Freunde, das war es mit dem Tonupto Weight. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie ihr das ganz einfach offline alleine schaffen könnt. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass dieses Flatterhaar genauso wie Epitaph auch in Multiply, ganz cool ist. Vielleicht braucht man da noch ein Support Pokémon, was da vielleicht mal Hyte wie ein Schanera oder Hytera oder vielleicht auch einfach mal ein Lichtschild oder eine Flekte aufsetzt. Deswegen, das wäre vielleicht dann auch ganz praktisch, wenn man vielleicht nicht so häufig stirbt. Ansonsten glaube ich, dass es tatsächlich so ganz leicht machbar ist. Also ich habe tatsächlich kurz gedacht, als ich das App gesehen habe, ja, das wird ganz schwierig jetzt. Aber im Klatter, die ist dann doch ganz gut, deswegen. Falls er jetzt Hilfe braucht, oder falls er da Hilfe braucht, wenn es da jetzt wie es geht, Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wenn euch dieser Guide gefallen hat, diese Hilfstellung, dann lasst doch gerne noch ein Like, da würde mich sehr freuen. Ja, hier falle ich euch noch ein bisschen Pokémon-Content zum Einschauen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn euch euch wieder hier sehe. Oder wenn ihr wieder einschaltet. Euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. Eier Basikasu. Eier Basikasu.